Die Gambi-Katze, die ich mein, die nennt sich Jenny Fleckenreich. Ihr Fell ist ungewöhnlich fein, getigert und gefleckt zugleich. Den ganzen Tag sitzt sie im Flur, vorm Haustor oder im Büro. Sie sitzt und sitzt und sitzt und sitzt, denn Gambi-Katzen tun das so. Die Gambi-Katzen tun das so. Ma quanto di sera tanta finirà, il lavoro di Jenny comincerà. E se la famiglia già nel letto da un po', c'è Jenny che fa tutto quello che può. Si interessa dei topi e non li molla mai. Sono maleducati e non fanno che guai. Die Gambi-Katzen tun das so. 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 Warnie, 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 warnie. Węzły splata je, spokojnie spędza cały dzień. Pod kądrę wchodzi lub pod kąc i nic, i nic, aż przyjdzie noc. Bo koty w paski takie są. Koty w paski takie są. Węzły splata je, spokojnie 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 spokojnie. Węzły splata. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020